Hallo. Hallo. Einmal normal. Einmal normal, okay. Einmal normal bitte. Auch einen normalen, jawoll. Danke. Bitte. Mühlheimer Straße. Keine Frage. Ja. Danke schön. Schöne schön. Am Kiesteich. Na, wo willst du denn jetzt hin? Leute. Ich glaub's doch nicht. Tolle KI. Kollisionserkennung. Was macht der jetzt? Jetzt fährt der da rüber wieder. Das hab ich auch noch nicht erlebt. Bitte. Hallo. Bitte. Du willst jetzt mitfahren? Glaubst du nicht? Doch nicht. Na gut. Am Bogen. Am Bogen. Oh, es will mitfahren. Okay. Na gut. Hallo. Hallo. So. Gut, dass es nicht glatt ist, sondern nur kalt. Sonst kämen wir nicht so schnell los hier. Falkensee Chaussee. Falkensee Chaussee. Die Stadtrandstraße. Die Mädels wollen auch nicht mit. Die warten bestimmt auf den 337er. Oh Leute, beilt euch so kalt. Aber wie ich euch kenne, lasst ihr mich ja eh nicht vorfahren. Jetzt hätte das Amsie Problem, dass da irgendwie Leute quer durch die Gegend laufen. Jetzt hat er es begriffen da hinten. Ja. Und wo ist jetzt einer rein gefahren? Das will ich jetzt wissen. Ja, der ist mal hinten drauf gefahren. Oh Gott. KI-Dummheit. Das ignoriere ich jetzt. Und es sind auch immer die Hamburger Autos, die das machen. Das sind immer die Hamburger Autos. Ich weiß nicht warum und wieso. Also. Freundstraße. Goldkäferweg. Endhaltestelle. Bitte steigen. Terminus. Please leave us here. so wer noch drin ist raus kann er mehr drin gut dann haben wir zeit hier die polizei zu rufen naja hat nur drei minuten gekostet das war nicht so schlimm so das machen wir dann machen wir päuschen sieben minuten pause das heißt wir machen eine kurze pause und wir sind dann gleich wieder da so da sind wir wieder im bus nach kurzen verdreht pause fuß verdreht und pp pause sozusagen ja was so ja gut wir müssen eigentlich einfach mal weiterfahren jetzt wir ziehen einfach mal vor jetzt wieder an die abfahrt haltestelle einmal rum keiner da der mitfahren will dann schildern wir um auf den reimer weg so sieht das aus machen der ball wieder warm im bus wenn ich den über meine tastatur bediene ist er nicht animiert naja dass wir keine, in die statt von hier aus Von hier aus ... ... ... ... ... So, wir haben jetzt keine Werte. Wenn man will, dann fahren wir. Ja, irgendwann mal Feierabend haben. Ja. 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 Ja, bekanntermaßen geht es hier rechts nach Falkensee. Die 137 fährt ja dann auch in manchen Kursen als 337 hier weiter nach Falkensee. Ab dem Rathaus Spandau. Ja, ist klar, ihr müsst jetzt da noch rüberlatschen. Nein. Gut. Jetzt können wir da mal fahren. Gut. Guten Tag. Guten Tag. Bitteschön stehen bleiben. Ja, genau. So ist brav. Falken Sie Ihr Chaussee statt Randstraße. So ist es so schön. So ist es so schön. Wie fahren die jetzt alle? Nee, sie fahren nicht, das wundert mich. Weil sonst fahren die nämlich hier alle einem vor der Nase vorbei. So, kommen sie rein, kommen sie ran. Hallo. Hallo. Genau, guten Tag. Hallo. Gut jetzt, ja. Am Boden. 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 Am Boden.